Mit der WAGO Pro 2 Stromversorgung liefern wir ein High-End-Produkt im Lean Rail Stromversorgungsmarkt und da haben wir verschiedene einstellbare Möglichkeiten, Funktionalitäten implementiert, mit denen wir einfach ein breites Anwendungsspektrum erschließen können und gleichzeitig können wir damit an viele Anforderungen unserer Kunden eine Lösung bieten. Zudem haben wir eine Kostenoptimierung, einfach aufgrund dessen wir liefern ein Standardprodukt, wodurch eine Anpassung in Zeichnungen oder Schaltplänen erspart bleibt und wir eine ganz einfache Parametrierung an die Anforderungen unserer Kunden damit erreichen können. Die Konfiguration kann über zwei Wege erfolgen. Einerseits über unser Konfigurationskabel, dafür installieren wir einfach eine Software auf einem Computer, verbinden den Computer mit unserer Stromversorgung und können dann alle Einstellungen ändern. Die zweite Möglichkeit ist über unser Kommunikationsmodul, das wir aufstecken können und dann können wir zum Beispiel über unseren Controller eine Parameter auch ebenfalls konfigurieren. Ihrer Partners wie wären wir im nächsten Mal. Mö Surprise! Untertitelung des ZDF, 2020